Du warst doch diejenige, die gesagt hat, dass er dich total kontrolliert. Ja, und als ich versuche zu helfen, da drehst du plötzlich alles um. Ich stehe da, als die böse Freundin, und du, du kannst nicht mal pünktlich sein, um dich zu entschuldigen. Ich glaub's ja wohl nicht. Hey, ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Ich bin hier, um dir zu vergeben. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. 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 Und? Irgendwas besonders vorgefunden? Ich meine, Streit mit dem Freund? Lebenspartner oder sowas? Ich bin Single. Aha.